Wer schleicht denn hier so steif und blass? Das ist doch der Heiko Maas. Hallo! Außenminister ohne Durchschlagskraft. Wie hat er's nur dahin geschafft? Afghanistan, davon hatte Heiko wirklich gar kein Plan. Alle ziehen ab, nur nicht die Taliban. Die Botschaft ruft um Hilfe, doch er rafft zu spät, dass das voll ins Auge geht. Au! Wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Rettungsaktion läuft eher mittelgut, doch Heiko nimmt nicht seinen Hut. Nee, überhaupt nicht. Schuld sind die anderen, nur nicht der Maß. Genau. Er klebt am Stuhl, das macht ihm Spaß. Lächerlich. International ist er kein Schwergewicht. Als Chef, Diplomat bringt er es einfach nicht. Gibt's den Krisenherd, performt er gar nicht doll. Und glotzt dabei nur sorgenvoll. So, und jetzt mach dich vom Acker. Okay. cobra. Wenn nicht Customer zug Под achiever ist. Aber ich komme «Gyn Didn» mark슨 Cheap. Keine Bysarton.